Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder beim Dead Space 2 Blind Run mit dem Daniel auf der Sprawl. Und wir müssen jetzt, glaube ich, relativ schnell flüchten vor diesem unkaputtbaren Viech, was uns jetzt an den Hacken klebt. Aber nicht ohne das Loot mitzunehmen. Auch wenn ich es gar nicht brauchen tue. Was haben wir da? Ein Text-Log? Nein, ein Audio-Log. Wir lauschen. Okay, und ich fühl mich hier irgendwie gerade nicht... ...sonderlich wohl, weswegen ich jetzt auch mal einen Zahn zulegen werde. Oh Gott, voll daneben. Jawohl. Aber wir haben ja auch noch einen Explosiv-Container, der ihm jetzt schon den Kopf weggerissen hat. Ja, ja. So. Munition. Oh, ein Schädel. Ich dachte jetzt, da unten würde sich was bewegen. Oh Gott. Energieknoten mitnehmen. Sehr schön. Ähm... Weiß ich nicht. Besser ist... Muss ich überhaupt lang? Da lang. Oh, der hat was fallen gelassen. Ein Audio-Log. Wir lauschen erneut. General Machete, hier ist Sergeant Tattoo. Ich habe die Wink-Signale der westlichen 143 Sektor G-Mitarbeiter lokalisiert. Sie sind eingeschlossen und fuhren Sankt zu evakuieren. Shuttle for down. Ja, klasse. Ähm... Warum rennen die auf einmal alle so? So. Ist doch anormal. Oh Gott. 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 Nein. 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 Stirb. Stirb. Beziehungsweise... ...bleib etwas liegen, bitte. Stase habe ich gerade keine mehr und ich bin angerotzt. Lassen Sie alle in Ruhe. So, ich glaube, dich brauche ich, um nach vorne durchzukommen. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Ah! So, den zerlegen wir jetzt nochmal eben fix. Ja. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg. Speicherstation nehmen wir eben mit. Ist mir gerade ein bisschen, äh, lieber. Weil ich habe hier gerade nicht so wirklich das, äh, gute Gefühl bei der Sache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will hier nur weg. Super. Ich sterb. Ja, Munition nehme ich mit. Weiter geht's. Yeah, jede Menge Blut. Ähm. Ich muss da lang. Ich gucke mal eben kurz hier hinten. Weil, ähm, das ist echt, echt abzusehen, wo hier irgendwelche Verstecke sind. Das ist krass. So. Oh yeah. Second. Tiefgefrorene Zecken. So. Oh nein, ich höre den... ...großen Bolleck hinter mir. Okay, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich auf ihn geworfen habe. Auf jeden Fall hat's ihm irgendwie... ...woah, wehgetan. Du bist weg. Ich fähre ich mal eben ein. Dann zerlegt dich. Du bist auch tot. Sehr schön. Und, äh, bitte ein bisschen schneller. Lieber Aufzug. Bitte, bitte, bitte. Ja. Mach hinten. Oh Gott. Oh, schnell, 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 schnell. Boah, schweig ab. Schweig ab. Mann, 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 Mann. Erstmal einen epischen Schluck Kaffee. Und weiter geht's. Da, da, da. Will ich hier sein? Ich glaube, nein. Ah, ein Infektor. Ich hasse diese Effektor. Go away. Er ist sicher. Jetzt kommt er auch noch. Alter. Alter. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ah. Weg. Weg. Könnten die alle mal, äh, sterben gehen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich... Schwerkraft aus. Ja. Ah, ich bin grad ein bisschen... Ich bin grad ein bisschen neben der Spur. Deswegen will ich einfach nur raus. Was zur Hölle ist das? Ah, okay. Vielleicht sollte ich da doch mit Stasa arbeiten. Das würde, glaube ich, nicht schaden. So, kommen wir hin. Die Folge ist ein bisschen still. Ich entschuldige mich dafür, aber ich bin grad ein wenig... ...angespannt. Ah, komm. Gravitation aus. Sehr schön. Ich hätte jetzt lieber so ein bisschen Munition hier rumfliegen. Aber man kann ja anscheinend nicht alles haben... ...in diesem Spiel. Das war jetzt genau zum falschen Zeitpunkt. Ja, komm. Und Boost. Ja. Und ich hoffe, hier kommen jetzt nicht so viele Gegner, weil... No. Ah, shit. Ey, das war gar nichts, Junge. Stell ich mir jetzt so an, Isaac. Okay. Hier durch. Ja. 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 Und ich hab keine verdammte Munition mehr. Deswegen werde ich dieses Ding jetzt mal ganz dezent ignorieren werde. Und landen. Und ich stelle gerade wieder an. Boah, muss raus hier und hoffen, dass da irgendwo ein Shop in der Nähe ist. Ja. Nur Schuss und Klick mag ich nicht. Du kämpfst dagegen an, Isaac. Aber das funktioniert nicht. Du musst nicht gehen. Dann werde ich dich nie wiedersehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Du musst nicht tun. Ja, ja. Es wird irgendwie nicht besser mit der Dame. Die ist immer noch sehr creepy. So, erstmal durchladen. Ich hab das Gefühl, dass diese Kammer da irgendwas zu bedeuten hat. Aber, ja. Machen wir mal hier auf den Vorratsraumcontainerkanister, weil... Ich hoffe, dass es Munition kann. Wir haben einen Energieknoten erhalten. Also war das schon mal fair. Oh, wir haben da ein Halbleiter und, glaube ich, noch ein Medipack war dabei. Also, dieser Raum hat sich gelohnt. So, Strahlungseindämmung. Oh Gott, das sieht sehr ungemütlich aus. Lalalala. Hey, Shop und Bench. Das ist schön. Das ist sogar sehr, sehr schön. Weil, ich mach jetzt mal ein Inventar leer. Verkaufen. Auch verkaufen. Auch verkaufen. Auch verkaufen. Und fülle dann... ...den Rest einfach mit Munition auf. Einfach nur... ...Plasma-Cutter-Munition... ...on... ...Mass. Bam, bam. So. Und wir verlassen. Gehen nochmal schnell rüber zur Bench. Und hauen die restlichen Knoten bei uns ins... ...ins Stase-Modul. Da. Ich finde, direkt Knoten schon wieder. Krass. Da einer hin. Da einer hin. Äh, okay. Der hängt da gar nicht mit dran. Das ist natürlich doof. Egal. Ähm. Ja. Gemacht ist gemacht. Und wir gehen dann weiter Richtung... ...der komischen Hacker-Konsole da vorne und der Tür... Das war's alles. Die Konvergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. Will ich das? Ich glaube nicht. Ich, äh... Speicher, Speicher, Speicher. So. Safe, safe, safe. Und weiter geht's. What? Uah. Alter. Ah, zack, du tot. Alter, ihr geht nur auf Keks. Aber ihr seid tot. Das ist schon mal sehr gut. Ich muss da lang. Ich guck trotzdem mal eben hier hinten. Und werde belohnt mit ein bisschen Munition... ...und einer Stase-Kapsel. Und jetzt... ...jetzt springen die einfach mal. Weil... Ich... Oh Gott. Wo? Da oben? Willst du mich verarschen? Ja. Bein ab. Arm ab. Kopf ab, arm ab. So. Und ich renne einfach weiter. Was ist da noch irgendwie? Ich will da gucken, was da ist. Ich muss da sogar lang. Ich hoffe, ist das gut. Das... ...sollte, glaube ich, mal ein Aufzug werden. Lass mich in Ruhe. Ich will hier weg. Oh Gott. Schwartet Killer Baby. Ah, zum Glück ist die Keule nicht so wirklich schnell. Und... Ah, ja. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach hier ganz entspannt durch Richtung... ...waaaaaahhhhhh. Alter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, du gehst mir auf den Sack. Wo rennt der hin? Ja. Die schaue ich jetzt nur wegen der Munition? Alter, bist du ein ekliges Viech. Ohne Witz. Der hat... Nee, fällt gerade auf. Der hat fast denselben Kopf wie der Endboss Ostteil 1. Mit diesen... ...mit diesen komischen... ...äh... ...Nacktmull-Sternnasen. Oh Gott, oh Gott. Oh, geh weg, geh weg, geh, 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 geh. Stirb, 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 stirb. Stirb. Oh Gott. Äh, hab ich ihn getroffen? Nein, hab ich nicht. Ach, alter. Ich merke das schon, wenn ich beim Marker bin, hab ich keine Munition mehr. Oh Gott. Oh Gott. Dezent übertrieben hier gerade. Oh Gott, lass mich gar keine Ruhe. Oh, gib mir deinen Arm. Du stirbst. Du... Der ist jetzt mal kurz verlegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. 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 Alter. Alter, 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 alter. Du bist so da. Oh Gott. Ich sterb. Ich mach mal kurz die Munition mit. Alter. Ach, fuck. Und ich renne weiter. Da, da, da. Lief mir los. Äh, da ist Munition. Da war auch noch Munition. Und da ist Aufzug. Bringt ihr mich hin? Bin denn sicher tot? Äh, äh, äh. Wow. Äh, Speicherstation. Yay. Also, äh, ich speichere mal ab. Ich, ähm, bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr schaltet dann den nächsten Teil. Ich denke mal, das wird das Finale sein wieder ein. Ähm, und ja, bis dahin und tschüss und so. Panik! Ich gucke! Ich gucke! Vielen Dank.